Hallo liebe Skater-Hockey-Community. Ich bin der Ali Bukowicz und ihr wahrscheinlich sicher schon mitbekommen habt, es gibt zurzeit eine coole Charity für den Nachwuchs und ich habe mich dafür entschlossen dann mitzumachen und das Ganze zu unterstützen und dafür gibt es einen Helm von mir, den ich die letzten Saisonen beim Werner Capitals gespielt habe, zu ersteigern. Ich hoffe, ihr macht es mit, bietet schön und unterstützt das Ganze. Es ist eine coole Sache. Danke euch!